Yo halli hallo mann Mit Raptus Erde So mein Master Crew, jetzt willkommen zu einem neuen Video Die erste Map, die ich je gewonnen habe, war diese hier Map Dungeon Ja, also Dungeon Der hätt ich nur gefunden Du hast, ich dachte die... okay, dann nehm ich schon Nimm dir einfach alles Zwei tiers will ich mir einfach nicht nennen Weil ich hab kaum Lust Ich hab nur ne Eisenbrustplatte Also ich hab, sagen wir so, scheiß Equip Ich hab einfach alles, was du nicht brauchst In den Chess, dann kann ich ihn sortieren Du warst doch... Oh bist du blöd, du warst doch der Chess Ja, ich hab ja gesagt, die hier oben ist für dich Würdest du, wenn du so freundlich sein Mir ein bisschen was an deinem Equip abgeben Hier ist der Enchanter kommt hier hin Ich hab keine Sticks und kein Holz Tag Ja, du kannst... Wo ist die Workbench, die hier oben steht Ach, da steht die Ja Ja Ja, ja, ich mach mir selbst eins Ich hab nur noch Background Mein Cupwrap Nein, ich hab den Swing nicht eingesammelt Jetzt muss ich eins für meinen Cupwraps abfragen Ja Die Nachbarn bauen nicht Die Nachbarn sind in die andere Richtung gegangen Kurzerhand gesagt, ich kann meine Angel machen Und ich werde vielleicht die auch verzaubern Wenn das irgendwie... Ich hab 5 TNT Ich hab 5 TNT Aber wenn werden wir das doch viel besser machen Wenn wir eine Druckplatte bauen Brauchst du den Zauber nicht machen? Hast du noch irgendwie Dias für mich oder so? Hast du noch irgendwie Dias für mich oder so? Das finde ich mal gerade eben Weil dann... Da würde ich... Hose zuerst machen Und... Dias Prost Beides verzaubern Oh Oh Unbreaking Auf meine Dias Hose Sieht zumindest furchteinflößend aus Projekt T-Protection Glass-Protection-Protection Die Dias Hose sieht das schon besser aus Bye-bye, meine Dias Hose T-Protection Du meinst, hab ich gerade eben gelegt Keine Ahnung Das war nicht so einfach sauber Unbreaking, Unbreaking Bis da oben Das ist der oberste Fall nicht Ne, ich hab einen Ich denke, das ist das kitzigste Unbreaking Unbreaking Ein Fishing-Board Und denken also, ich hab das einmal gelegt Kann man den Stick verzaubern? Nein, dann kann ich meinen Nutri-Stick zaubern Wär zu schön gewesen Ja, wohin? Ja Da, ich glaub das sind auch Der Bewegt sich da Der Typ von da weder nicht zu uns Das ist ein No-Head, wie equipped der ist. Ich bleib auf jeden Tag weg. Und vielleicht krieg ich den mit meiner Super-Guten. Der auch noch. Becken, der kommt gleich mit TNT. Toll, jetzt bist du an. Jetzt wissen wir so. Tja, das hält mich runter gar nicht. Ja, der hat sich safe gebaut. Aber der hat halt ne... Mr. Mehrspieler. Oh, das sind die einzigen beiden, die noch drin sind. Gegen uns. Also wir hätten ne Chance, das zu gewinnen. Ja, kommst du auf die Insel? Nein. Weil der Mr. Mehrspieler hier ist. Weil mich kriegt der eh nicht runter. Achtung, der ist jetzt auf dem Baum. Der Mr. Mehrspieler kommt auch gleich da runter. What? Ich kann's abbauen. Der kommt gleich von hinten. Der kommt gleich von oben, der Mr. Mehrspieler. Irgendwer angelt? Ja, ich hab den eh... Ich hab irgendwie das Gefühl, als ob der hängst. Der ist down. Ah, fuck, ich bin auch down. Den kriegst du. Den kriegst du locker, der. Ja, den kriegst du locker. Das glaube ich ist mal eine gelungene Aufnahme. Yay. Ich würd sagen, auch wenn wir No Hands sind. Das gibt einen. Was heißt No Hands? Master. GG. No Hands ist No Skill. Steves sind alle... Egal ob sie Skills haben oder nicht, sind alle No Hands. Weil... Okay. Ich würd sagen. Bis denn. Ja, tschüss.